Hallöchen herzlich willkommen zu Borderlands 2! Du hast 126 goldes Schlüssel zur Verfügung. Um einen goldes Schlüssel benutzen zu können musst du die geheimnisvolle Beutekiste in Century besuchen. Je höher dein Level, desto besser die Beute. Es hat bei mir funktioniert. Ich habe 180, jetzt bist du dran. So, was wollten wir denn hier nochmal machen? Ich habe keine Ahnung. Quests. Zeig mir Quests. Die kalte Schulter. Ah, dann müssen wir das guter. Es ist ein bisschen her. Es tut uns ein bisschen leid. Aber dafür spielen wir heute wieder ohne Tick. Dafür spielen wir heute wieder ohne Tick. Ist das schön. Das kann heute nicht. Wir haben uns trotzdem entschieden. Wir nehmen mal wieder auf. Warum liegen da Waffen? Sind die von mir weggetoppt? Nein, ich habe die fallen lassen. Okay. Alter Schwede. Du warst hier nur woanders, ne? Nö. Ich war nur in der goldenen Kiste. Was für den Gunsucker? Eventuell? Hä? 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 Was? 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 Borderlands, der Pre-Sequel, ist die Spoo auch dabei. Das heißt, da sind wir schon zu sechst. Ja, Pre-Sequel. Was, OBS-Studio hat die Verbindung verloren. Was? Dann glaube ich, es liegt einfach nur in dir. Nein, aber ich streame noch. Laut Restream nicht mehr. Jetzt kommst du wieder. Jetzt, jetzt. Verbindung verloren. Äh. Ha, wieder Verbindung erfolgreich. Das ist schön. Wenn du leben willst, kauf bei mir. Was haben wir denn? Wenn du leben willst, kauf bei mir. Der hat es selber auch bei mir gesagt. Also, Loki hat mir schon... Regeneration, brauchen wir das? Ah ja, komm, das nehmen wir. Loki hat mir so ein gutes Schildchen gewohnt. Ich brauche noch ein bisschen für das Level. Ich brauche noch sehr viel für das Level. Wie habt ihr das gemacht, ihr Pisse? Das geht doch schnell. Wir haben auch noch eine Aufgabe, die wir abgeben müssen. Pisse? Pisse ist die liebevolle Form von... Vollkommener Pisse. Keine Ahnung. Vollkommener Pisse. Ja, der vollkommene Pisse. Das war jetzt zu spontan, um... Ich hätte ein Schild abzugeben. 1333. Kam, als ich es abgeben. Falls irgendjemand Interesse hat. 1033. Moment, lass mich mal kurz gucken. Ja. Äh, 1330? 33. Na, meins ist 1358. Naja, dann nicht. Vielleicht braucht das ein Noob. Noob? Was brauche ich? Ein Schild? Warte, ich schmeiß es dir mal ein. Da hinten liegt es. Könnte sein, dass wir reisen müssen. Ich glaube, das letzte Mal haben wir hier die Arena gemacht. Boah, Alter, dein Stream sieht schlimm aus. Unbedingt. Wieso? Bei mir ist ein Grün unterlaufen. Grün unterlaufen? Ja. Hä? Wie soll das denn gehen? Ich habe keine Ahnung, aber... Hast du einen Vorschau-B? Nee. Bei mir sieht alles normal aus. Oh. Also bei mir ist pink. Und... Verschwommen. Ja. Nee, bei mir sieht tatsächlich alles okay aus. Ich habe... Kennst du das, wenn irgendwie so... Nee, nee. Ich glaube, das wird nichts. Streamen ist... Warte, ich stoppe nochmal. Nee, streamen mag ich nicht. Ich mache es nochmal an. Aber ich... Bei mir ist alles in Ordnung. Dann mach doch einfach mal ein Testbild auf. Einfach von... Twitch. Dann guckst du dir mal kurz an. Warte. Es geht hier gleich weiter. Es geht hier gleich weiter. So lange gucke ich mal, was wir überhaupt machen können. Ich habe auch keine Ahnung mehr. Ist schon ein bisschen her hier. Oh. Yeah. Ich habe eine Herausforderung unter der Anpassung. Wie viele Token habe? Ich habe 37 Token. Verstehst du, was ich meine? Das ist... Ganz schlimm. Ja. Ähm, Leute. Geht mal bitte kurz auf eure Badass-Token. Aber ich verstehe es nicht. Nee, dann kann ich so nicht streamen. Da war es mit... Nein, nein. Nein, nein. Mit dem Ding besser. Ja. Das tut mir leid. Nö, ist doch kein Problem. Und die Frage ist eigentlich bloß, warum. Weil dein Rechner ist eigentlich gut. Ich weiß es nicht. Ich musste mal zu Spaß einfach mal eine von meinen Grafikkarten leihen. Die macht hier eh nichts. Ich habe mir nur eine eingebaut. Dann bist du ein bisschen overpowered. Wieso soll es an meiner Grafikkarte liegen? Hallo? Nein, eigentlich soll das nicht. Aber... Nee. Aber ein Speicherprozessor ist relativ neu. Keine Ahnung. Nein, ich meine bloß, ich habe eh gerade nichts... Ich habe keine Verwendung für die. Weil ich muss warten, bis die Teile kommen. Und dann muss erst mal umgebaut werden. Derzeit liegt hier eine 1300 Euro Grafikkarte rum, die keine Verwendung hat. Das ist so bitter. Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, da einfach alle Teile nochmal zu kaufen. Und mir noch einen Zweitrechner hier hinzustellen. Ich weiß nicht, für was... Wee. So, guckt mal bitte auf eure Badass-Ränge. Ich habe plötzlich 38 Stück zu verteilen. Und ich weiß nicht, warum. Dann musst du irgendwas machen. Ich habe null. Null? Ich habe auch null. Ja, dann streamen wir halt einfach heute nicht. Was soll's. Ich kann ja mal gucken. Ich war gerade bloß etwas irritiert, weil... Ja, ja, ich auch gerade. Also mit 37 Punkten? Weil es war alles in Ordnung. Es war alles im grünen Bereich. Es war alles eigentlich gut. Ja, irgendwie... So, dann gebe ich mal diese... Dinger hier aus. Schild, äh... Schild, Lagerverzögerung, Schild, Geschwindigkeit. Oh, oder? Noch 6 und da. Ich bin jetzt mal kurz ein bisschen beschäftigt, Doktor. Du kannst ja mal rausfinden, was wir machen mussten. Sachen abgeben, oder? Wir können zu Scooter. Ach, äh, genau. Wir müssen in the fridge einen Goliath töten. Der hat eine Quest für uns. Oder habt ihr die? Also ich habe die nicht. Ich habe da noch nicht entdeckt drin stehen. Moment, Moment. Guck mal in die andere Mitte, weil ich... Ich bin gerade noch bei 32... ...Badass-Punkte und ich weiß nicht, warum. Irgendwas geht hier ab und ich habe es noch nicht verstanden. Wir können in die Highlands Medizin für die Bewohner von Overlook besorgen. Tannis Echo suchen in den Highlands. Slappys Unhappy End. Töte Old Slappy. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt erstmal Leben-Missionen machen, oder? Ja. Kein Vorschaubild. Um was geht's? Ja, wegen Stream. Ach so, wolltest du versuchen zu streamen? Ich kann ja probieren, ja. Ja. Aber... Mit Action oder mit was? Äh, ich habe gerade mit OBS aufgemacht. Ja, da musst du OPS und dann musst du wieder den... Du nimmst einfach was noch übrig hast, du gehst da drauf und Gaming, wir musst ein Gaming neues erstellen, dann das Ding abspeichern, dann... Ja, das habe ich schon. ...Bildschirm aussuchen und dann unten das Spiel raussuchen. Zuerst im Fenster oder speziell im Bildschirm auswählen und danach das Fenster... Ja, bestimmt das Fenster erfassen. Ja, und dann darunter musst du dann bei Borderlands. Das muss halt an sein. Aber das muss halt an sein. Ja, das habe ich aber... Aber der zeigt mir keine Vorschau. Okay. Vielleicht ist Borderlands gar nicht so richtig streamen lassen, das weiß ich auch nicht. Notfalls kannst du auch mit Action probieren, hast du ja genauso. Soll ich mal testen? Oh, mach doch ruhig. Hups, das habe ich mich verklickt. Oh Gott. Das ist... Ich wusste nicht, dass es so anstrengend ist, so viele Punkte zu vergeben. Äh, was ist das mit Stream? Da ist jetzt was da. Das sieht gut aus, läuft flüssig. Es bringt jetzt Loki, oder was? Ja. Ha, cool. Und dann was? Du streamst. Es klappt. Damit er... Schau. Das ist eine langweilige Folge hier, gerade bei mir. Ich glaube, wir müssen reisen, ne? Ja, also ich... Oder wir machen... Habt ihr die... Bekommen mit diesen... Mit diesen Goliaths töten? Die müssen irgendwo eine dabei haben. Also die habe ich nicht. Da steht noch in der Fritsch nicht entdeckt. Und wir sind hier in der Fritsch, deswegen... glaube ich, wir wollten hier das letzte Mal rein. Ich glaube, genau. Wir müssen rein und dann irgendwo läuft der. Und dann kriegen wir die Aufstrafe. Ich glaube, so war es. Nur noch 17 Mal. Nur noch 17 Mal. Dann habe ich es. Naja, wir fangen hier schon mal an. Ratten, ratten, ratten. Ragnanok. Oh, ich sehe es. Ihr habt Spaß. Schuss vor dem Schaden. Nur noch 9 Mal, dann komme ich zu euch. Keine Ahnung, warum ich plötzlich so viele Punkte gekriegt habe. Aber 126 Schüsse finde ich sehr geil. Ich glaube, letztes Mal hatte ich noch 15 oder so was. Aber 20? Juhu, die letzten 5. Oh, ich bin da. Mit dem Tal fängt er... So, jetzt spiel er auch wieder mit. Sehr gut. Noob ist auch Glück. Er hat ein Radar. Ja. Dum, dum, dum. Ach. Könnte ich mir nachher auch 4K stellen. Was haben wir jetzt hier zu oben? Den Typen, oder was? Ja, wir töten hier jetzt Geleih. Wenn die kommen sollten. Was sind Geleih? So große Dicke. Die mit dem Schild auf dem Rücken? Oder mit der Truhe? Ja, genau. Okay. Die kam immer da hinten. Kam immer einer hier. Ui, aber bloß. Ah, es ist Lane White. Oh nein, Luke sagt nö. Äh, oder äh. Ich konnte nicht weiterlaufen. Ja, danke. Ah, ich wurde geslacket. Juhu. Ah, falsche Richtung. Ich wollte fliehen und bin in die falsche Richtung gerannt. Oh. Erstmal mal mit Feuer. Oh, das ist laut. Ich glaube, ich muss es nachher mal ein bisschen leiser machen. Keine Ahnung, wie der eigentlich übersteuert, oder nicht? Heraus von der Abgeschossen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Luke, das bin ich? Ja. Ich weiß. Warum schießt ihr denn auf mich? Weil er das... Willst du heilen? Ah. Ach so. Oh, danke schön. Danke schön. Ja, es ist eine Weile her, ne? Ne, ja. Aber schön, dass du das noch weißt und ich nicht. Also eigentlich hätte der Goliath hier rauskommen müssen. Ja, eigentlich schon. Vielleicht gerade auf Toilette. Kann sein. Das wäre der typische Borderlands-Humor. Oder oben durch das Tor nochmal durchlaufen, wo wir Lane Whitey da gerade getroffen haben. Oh, leck mich doch. Du stehst doch schon wieder. Ein kleiner Griesg Zwerg. Ja, ja, ich sage ja nichts. Alles gut. Ich mag deinen Hut. Jeder mag meinen Hut. Ja, wie im Trailer. Rick hat jetzt einen Bart. Ja. Und schwiegt Gitarre. Nee, nee, nee. Das ist ein Saxophon, ne? Das ist ein Saxophon, ja. Und dann hat einen Bart. Ich muss irgendwann mal Gelegenheit testen, wo ich meine Granaten werfe. Auf, geh. Okay. Überraschend. Ja, ich wusste nicht mehr, ob ich es auf die Maustasten gelegt habe, aber das habe ich glaube nicht mehr, weil das sich irgendwann zurückgesetzt hat. Okay, die Granaten sind ziemlich geil. Ja. Okay. Du, 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 du. Du, 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 du. Hä. Lass ihn dir Doktor macht's heute Stress Ja, ein bisschen, gell? Ich hab den extra den Gegner da gelassen Das war ich Ja, wer hat den getötet? Loki hat den getötet Ja, ja, ich sag, ich lass dir extra den Gegner da Bei mir gibt's keine Überlebenden Das ist sehr nett Du brauchst ne Waffe mit dem größeren Magazin Ich sollte dir meine Waffe geben Die Magazingröße ist 202 Schuss Oh, das fängt gut Warte, ich hab hier nochmal irgend sowas Ich bin, ich bin voll, danke Mal gucken, was hab ich denn so rumfahren Uh, ich bin noch kein Level 24 Oh Magazingröße 55 Ja, vielleicht kommt er auch nicht Müssen wir dann später wiederkommen Uh, ist das ja Oh, ich hab das für den Kommandanten aufgesammelt Ey, Kommandante? Ich hab hier irgendwas Bist du? Oh, ich bin bei Nu Du bist unten, oder was? Ich bin unten Ich versuch gerade, dass dieses Elektro Da komm ich runter Ding da zu finden Wo wir die Barriere da aufmachen können So Ist trotzdem deins Ja Willst du die Knarre? Oder hast du was Schickes? Wer? Geht schon, passt schon Alles gut Ich glaub ich hab das Elektro-Feld aufgemacht Elektro-Ghetto In the ghetto Ja, sieht gut aus In the ghetto Elektro-Ghetto war auf dem Schick, aber was soll's Mag sein Oh Oh Nein Oh Nein 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 Aber verkaufen kann man's Hey, noch drei Sachen Dann krieg ich hier noch Krieg ich hier noch 122 von 125 Ja, die Statue aus Eis hat's verdient Stimmt Ja, dann würd ich mal sagen Wir gehen einfach weiter Wenn die Dicken nicht kommen wollen Dann wollen sie halt Wir können doch mal kurz da runter Da unten müsst ihr auch nochmal welche auftauchen Nein, nein, nein Von den großen Dicken keine, oder? Nein, der Goliath müsste hier oben auftauchen Aber warte mal Aha Was denn? Elektro-Elektro Und hier müsste auch noch ein Feld sein Ich weiß muss, dass hier unten auch Feinkontakt ist Deswegen dachte ich Naja, aber nichts von den großen Ja, cool Der Sniper mit dem Scharfsitzengewehr Finde ich geil Der Scharfsitzengewehr Ich meine Mit dem starken Maschinengewehr Ähm Ihr müsst auf die Füße schießen Ja Auf die Füße Ja, alles gut Irgendjemand schießt aber voll auf den Kopf Ja, Entschuldigung Und es gibt einen Bonus Wenn man es mit der Nahkampf vielleicht kaputt macht Entschuldigung Ich wusste nicht mal, wer es war Für euch Ich war ja gerade so am Bursten und Einfach mal eskalieren, gell? Genau Fick dich doch Scheiße, rags Goliath! 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 Hier kann man Waffen verkaufen Finde das Waffenversteck und töte 10 Zwerge Wir sind hier falsch, Tobi Ja, aber ich wollte Waffen verkaufen Aber die sind da unten Oder kann man das hochbringen? Da unten ist nicht so ein Verkaufsstand Deswegen dachte ich, ich mache mal gucken Ups Es gibt doch keinen Fallschaden oder falls die Jungs da auch runter Das Waffenversteck Es gibt Fallschaden, aber nicht so viel Ah, da unten war der Sohn von Chromarax, oder? Irgendwas war doch hier unten Ich weiß nicht Highlands Outwash Nicht da unten runter Ja, wir wollen nicht bloß nichts verkaufen So, lass mal gucken, was hier alles weg kann Ach Gott, ist das viel Ähm, was kann weg? Hab ich jetzt gerade meine guten Waffen verkauft, weil die Dinge nach unten gerutscht ist? Vielleicht Ja, hab ich Okay, ich muss langsam mal machen Die kann weg Die ganze weiße Scheiß kann weg Was habe ich denn gerade für einen Granatmord drinnen? 559 x 8 Gefällt mir nicht relativ gut 500 müssen 4.000 6.000 Nö, ich behalte nochmal ein, was ich gerade habe Okay Wir ziehen, was wir wissen Nö Vielleicht Munition? Moment Wundervoll Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt Lass es nicht zu sehr krachen Also gut Wo müssen wir denn jetzt hin? Wieder hoch Ja, das kriegen wir hin, oder? Hol da da war Na gut Zwei von vier kriegen es hin Das hast du gut gemacht, Doktor Ja, das war ich Es tut mir leid, Noob Es tut mir leid Zum Abschied für euch Ich komme wieder runter Nein, nein Kommt Kommt mit runter So weit ging jetzt nochmal eine Granate Ach, Loki ist da oben Ich dachte, der wäre auch da oben Ne, ich bin oben Alter, wie die sirene schön blau strahlt Finde ich geil Aber ich mag auch blau Weißt du, was willst du sagen? Was meckerst du? Ich habe vergessen, wo man den Nachkampf macht Danke Wo ist der Drecksack? Geh weg Geh weg Geh weg Ich muss gucken, wo du hinlässt Ich muss gucken, wo du hinlässt Ach, V Jetzt Nee, nee, nee Nix, V Kam die erste Einladung heraus? Weil ich habe dir über den Kopf gehauen Weil du so klein bist Das ging wohl drüber Du, ihr wisst mehr Ich bin der Kampfzwerg Ja, wir müssen den Zwerg getöten Ich hau dich einfach 10 mal in der Arena oben Und das war's Das würde dir gefallen Das wäre so lustig, wenn das wirklich gehen würde Das wäre gut Okay Okay Essen Granaten Was steht da? Fuh Manchu Fuh, Kuh Kila Eat it Ja, das habe ich schon gelesen Der Rest habe ich nicht so wirklich Äh, der Spaß ist aus Shove it Was? Warum? Beware Oh Scram Yeah Zwerger Denn mein ist die Säure Heute habe ich es aber, ey Echt Ich bin ein bisschen übermütig heute Danke Von erwischt Oh Ich glaube, wenn ich Granatenwerfe kriege ich die Energie von denen wieder Ein Zwerg Na gut War ja auch nur einer Stift ziehen Rang 2 Yeah Facelock Zauber Läuft bei uns heute Oh Werder ist, Psycho Wo bleibt die Liebe? Tod ist die Liebe, mein Freund Tod ist sie Huch Klingt ja nicht auch die Gesundheit ab Oder, oder, oder Nee Sonst werde ich wahrscheinlich nicht so oft umgebrochen Hat nicht gerade jemand Ja gesagt? Ich habe Gesundheit bekommen, ja Ja, cool Der kriegt es immer ab, der im Weg steht oder so Wow Ruhe bewahren Danke Danke So, mal kurz den Speicherpunkt hier So Geht, geht hier Ich heil nach der Weile eh von ein bisschen, glaube ich Ja Ja, ich habe Gesundheitsregerationen auch noch Ja Alles cool Alles cool Bleib lieber am Doktor dran, der hat es heute ein bisschen nötiger Ja, irgendwie schon, heute ist nicht mein Tag Oh, 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 oh Haha, den hab ich Oh, 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 oh Oh, oh, oh Yeah! Wow! Sag ich doch, ich hab's heute nötig! Danke! Danke! Dürfen wir jetzt das Dahl-Ding hier aufmachen? Danke mal! Boah! Du hast gefunden, super! Dann beenden wir's! Boom! Na! Oh! Doktor! Victor! Was ist denn das? Das ist Smash-It! Smash-It! Das war's, Smash-It! Oh, Schlick! Danke! Oh! Was war das, ein Schädelzwerg oder ein Ständerzwerg? Natürlich war das ein Ständerzwerg! Das kriegst du denn! Elementar-Artefakt, Explosionsschaden! Oh! Elementar-Artefakt! Warum machen wir das? Ja, aber das haben wir jetzt abgeschlossen! Sehr schön! Ah, da hinten ist ein Gischt! Dann gehen wir dann in die Highlands? Oder wie ist das was? Warte Waffengiste, Waffengiste! Ja, Highlands! Oder wollen wir die Aufgaben noch abgeben? Vorher? Über Aufnahmen? Mir egal! Wir können auch jede Menge sammeln und wenn ein Tegs nächstes Mal kommt, radda radda radda! Ach so, ja! Was für eine wunderschöne Explosion, Doktor! Ja, ich mach mal kurz die Folgen-Break!